Sonntagabend wieder, also das letzte Treffen war nicht so. Ich kann ja mal wieder schauen nach Kommen, wollen wir Tinder mal wieder eine Chance geben? Ich schaue mal rein, was gibt es denn da so? Maske, was schreibt die? Vorab ein kleines Idioten-Selbst-Ausschluss-Verfahren. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Feminist, Sternchen in zu sein, heißt Chancengleichheit zu verlangen und sollte somit eine Selbstverständlichkeit sein. Klima-Demos sind keine Ausrede für faule Kids, um Schule zu schwänzen. Diskriminierung jeglicher Art fällt nicht unter Meinungsfreiheit. Ich liebe Pupsen. Ja, Humor hat sie auf jeden Fall. So, was schreibt sie? Looking for good conversations and casual dates. Auch die Frauen, die immer nur lockere Treffen haben wollen. Will just meet people who get regularly tested. Warum schreibt sie das auf Englisch und warum jemand, der dauernd getestet wird, soll ich ihr jetzt vor dem Treffen meinen negativen Test zu schicken oder was hier? AfD-Wählen ist so 1933. Also, ich will ja nicht, aber ja, ob das so passt, ich weiß nicht. Und da zeigt eine ihren Test in die Kamera. Siehst du, ich kenne mich da so wenig mit aus, dass ich noch nicht mal weiß, ob das positive oder negative ist. Ey, lasst mich damit in Ruhe. So, die hier, okay, nackter Hintern, schreibt sie, spontan, wild, vielschichtig, bindungsvorsichtig. Ah, okay. Alles kann, nichts muss. Und dennoch suche ich nach Tiefgang auf der menschlichen Ebene. Die Phase der oberflächlichen One-Night-Stands habe ich hinter mir. Okay, und trotzdem noch so ein Bild. Ich glaube, das passt auch nicht so ganz. So, die hier sieht doch süß aus. Ach komm, was schreibt sie so? Wenn ich keine Probleme mit einer offenen Beziehung habe, bitte schon wieder so eine mit einer offenen Beziehung. Also, sorry, schau, da bin ich raus. So, hier habe ich mal ein Match, was schreibe ich denn so? Ach, sie ist Ärztin. Ich wische immer bei Ärztin nach rechts, um einfach zu schauen, wie sie so drauf sind. Ja. Hey Viktoria, um mal direkt mit einem Smalltalk anzufangen. Was hältst du als Ärztin von Corona und den Maßnahmen? Ja, da auch, ich glaube, ich meine, ich weiß eigentlich schon, was ich zu erwarten habe. Ich glaube, ich habe es in den letzten halben Jahren, habe ich 12, 13 Ärztinnen mit denen Kontakt gehabt, mit denen geschrieben. Da war wirklich, es war eine einzige Corona-kritische Ärztin dabei. Und die hat sich am nächsten Tag noch impfen lassen. Und insofern, also Ärztinnen, ja, eigentlich muss ich da, eigentlich muss ich da auch in Zukunft nach links wischen. So, Nazis anhusten, ja, das ist wenigstens lustig. So, was hat die behaarte Beine? Liebe Damen und Herren, ja, meine Beinhaarre sind echt. Es ist kein Fake. Vegan, quer, sehr direkt. Sorry, da bin ich auch raus. Sie trägt Maske. Intelligenz und Empathie machen langfristig weitaus attraktiver, als die äußere Hülle es jemals könnte. Das schreibt die mit Maske, mitten auf der Straße. Auch hübsche Augen. Aber Maske. Warum tragen die alle Maske? Was? Es ist echt ein Kult, unglaublich. Die arbeitet wohl in einer Teststation oder so, oder im Testzentrum. Ich glaube, das passt auch nicht so ganz. So, was schreibt die hier? Autobahnschild, gute Männer geradeaus, die tätowierten Punker, die mit der komplizierten Kindheit. Da geht's rechts ab. Ja, und was schreibt sie? Als Kind hasste ich es, wenn man an meinen Haaren zog. Witzig, wie sich Zeiten ändern. Äh, ey, das sind die Frauen von heute echt. Und hier, Mann und Frau, okay, was schreiben die? Looking for her, null Bullshit, null Nazis, both vaccinated since February. Beide geimpft seit Februar. Ja, naja, wenn sie Spaß dran haben. Ui, ja. Die sieht ganz sympathisch aus. Schauen wir mal, was schreibt sie? Corona-Impfung abgehakt. Nur nichts überstürzen. Ja, aber bei der Impfung überstürzt du alles, okay. Ja, da bin ich raus. Ja, ich glaube, bei Tinder wird das nichts. Ja, ich glaube, bei Tinder wird das nichts.